Alter, ich bin total warm jetzt mit denen da, mit dem Clan da, oder was ist das? Suzuki. Suzuki. Alter Berlin, bist du gerade gestorben? Warum ist mein Programm? Wo sind meine Cheats? Nein. Oh Gott. Ich habe die WVP-Rumänien-Meisterschaft gewonnen. Easy. Ich sehe den anderen nicht. Oh Gott. Ich kann nichts machen. Scheiße, ein Schuss und ich bin gedaunt. Oh nein, da war der Karton schon vorbei, diese Scheißkiste. Alter, das ist scheiße, dass es direkt los geht. Oh Gott, der hätte mir fast einen Headshot gegeben, ne? Er ist weg. War nach links irgendwo. Okay, ich gebe unter diese Sandkiste drauf. Nice, Mann. Kann man hier rüber rennen, eigentlich kann man hier rushen. Ja, ja, man kann rushen. Aber wie kacke, wo waren das letztens, wo man das nicht konnte? War das auf Faceit? Ja, ja. Das war bei uns am Hut. Oh, fuck. Beide haben mich gesehen. Einer ist low. Nice. Was macht denn der Bullen jetzt mal? Das dauert da mit der Arke. What the fuck, bist du da reingekommen? Nice, Mann. Ich glaube, der ist echt jedes Mal Lucky-Boy-mäßig einfach hinter den Kisten gewesen, wenn du geguckt hast. Schon wieder... Schon wieder sehen mich beide. Scheiße, 26, sorry. Ich bin gerade irgendwie am Kacken. Der letzte ist halt ein bisschen angefrackt. Warte, war das der? Na, 25. Schade. Ist ich doch ein Luca, oder was? Pack mir in die Hausse und mach mich nass. Nice. Oh, nice. Alter, waren die gerade hintereinander gestanden? Ne, ne. Da hast du schon ein paar Sekunden vorgelegt. Ach, das zahlen wir mir gerade. Das sind die gleichzeitig ge... Zwei Minuten Pause. Ich denke, wenn die... Die können Ausrufezeichen irgendwas drücken. Ach so, okay. Wir müssen das auch eingeben. Ja. Okay. Das ist eine Free Fire Zone. Dude. Alter, weggefickt den Barstuck. Nice. Was ist mit denen los? Wollen wir die nichts dran sagen? Das sind doch Bongardements. Au. Oh, shit. Einer ist noch da rechts. 26 hat er gefressen. Fuck. Das ist also mit den Boys. Aha. Hart am Schissel. Boah. Weg ist er. Sack. Alter, er frisst dich. Low HP. 78. Nice. Ich hab aber auch da nur noch Körper. Körpertreffer gemacht. Keine richtigen Shots mehr. Ach, die Kacke. Okay. Mitte ist einer. Ach, shit, man. Er ist in der Mitte. Ich dachte, er wäre links. Links ist auch einer. Nice. Okay. Okay. Oh, fuck. Oh, ich hasse es. Das ist... Nein. Shit. Ah, M4. Nein, ich will AK. Spielst du auch nur mit AK? Ja. Oh, auf der Treppe steht der im Headbitch. Ähm, Headshot-Ding. Ja, Headbitch. Der hat sich hingekniet. Der Fuck. 81 in 5. Ich hab doch alles durch die Kisten durchgeschossen, ey. Ich muss kurz nachweisen. Ich hab recht. Äh, links ist noch einer. So. Nice. Okay, shit, man. Last round müssen wir uns holen. Fuck. Andere rechts. Ich bin low. Ah, scheiße. Er ist half. Oder eigentlich auch low. 59 hat er gefressen. Sorry. Nice. Nice. Wichtig hier. Oh, okay. Ist es schon Team-Change? Hä? Ja, ja. 15. Jetzt noch mal. Ja, aber wie schnell das ging. Ich dachte jetzt ist so, äh, Hälfte und es dauert voll lang. Mitte ist der. Du Ficker, komm halt da rüber, Mann. Nice. Ich aim die ganze Zeit hier ab und er kommt nicht. Ach, dieser Spawn-Scheiß. Fucking hell. Nice, Gott sei Dank. Ich knie mich hin und bleib einfach sitzen und der schießt alles über mich drüber. Nice, Mann. Nice, alter GG. Okay. Ah, fuck, ja. Ich bin zu lange sitzen geblieben. Ich habe den einen gehabt und bin dann weggelaufen. Äh, sitzen geblieben. Hätte weglaufen sollen. Ach, Gott, dieser Bastard. Oh nein, nein. Pushst du weit nach vorne. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Hätte ich es gewusst, wäre ich nicht so rangegangen. Ich dachte, er ist nur ganz rechts irgendwo. Oh, weiß nicht. Pushen. Äh, keine Ahnung. Der andere ist auch ganz rechts. Ah, ne, du bist down. Unlucky. Er lebt noch. Ah, shit. Wie viel hat er mich denn gegeben? 52 nur. Ja, jetzt muss ich ihn ultra vorsichtig spielen. Down. Nice. Der andere ist links. Nice. Sehr schön, sehr schön. Ist ja bitter, wenn wir direkt am Anfang verkacken würden hier bei dem Tournament. Ja, pushst du nicht. Das Bastard zeigt mir. So. Ich nehme mich wieder hin. Weiß nicht warum. Kann nichts machen. Oh, 69 in 3. Scheiße, 12, 12. Was für ein hartes Game. Nice. Nice. Wir dürfen einfach nicht an unsere Punkte rankommen. Ja. 13 Runden, wir brauchen noch 3. Wir brauchen einfach immer diese schnelle erste Legung. Die wir machen. Einer ist links glaube ich, der andere ist rechts. Ich seh den anderen gar nicht. Er holt mich direkt. 26. Aha. Das ist ja beide easy. Oh, dann muss ich kommen. Oh, der muss doch los sein. Warum stirbt der nicht? Sag mal, stirb doch! Wie viele jetzt? Der ist angefragt. Down. Die kommen einfach nicht ran an unsere Runden. Down. Der andere ist glaube ich recht. Lass mich kurz nachladen. Dann baiten wir den. Weißt du wo der ist? Nein. Keine Ahnung. Wir müssen dann beide, jetzt beide drauf. Mitte, Mitte irgendwo. Ah, erst 26 hab ich ihm nur gegeben. Einen kleinen Saftsack. Shit. Nice. Skidete D. Du brauchst kein Overtime man. Jetzt legen wir sie. Mitte 26. Immer 26. Ja. Beide sichtbar. 200. Oben auf dem Ding links. Dick Dammit! Scheiße. Rechts ist einer. 81 in 3. Und er steht einfach da mit ne USB. Oh Gott, haben sie gewonnen? Nein, ja. Ja, noch nicht. Ah, die andere Hälfte der Overtime. Nice. Ok, weiter gehts. Neue Overtime. So, jetzt fressen sie. Ja. Nur minus 26. Oh, nice. Oh, diese kleinen Beaches, Alter. Da muss einfach immer der erste Headshot direkt rein. Und zählt das nichts. Ha. Geh mal in den Deckel. Ja, oben nicht. Alter, das gibt's doch nichts. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Boah. Alter, ich bin jetzt grad so zittrig, Mann. Ich scheiß mir gleich in die Hose. Mitte ist einer. Es stirbt nicht. Einer slow. Einer slow. So. Ich krieg nichts mehr gebacken. Ich bin absolut useless grad. Weiß. Was? GG. Wippee! Schuhr schreibt da eine. Schuhr schreibt da. Schau. Mhm.